Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Spaß ins Wochenende Als erstes geht es bei den Minen runter Was heißt das denn hier? Das ist in der Nähe Wo ich hin will Die ganzen Kämpfe werden sich hier auf diese Hälfte der Insel verlagern Oh weia Das kann ja lustig werden So ich müsste dann aber einfach jetzt hinkommen Das ist auf dem Turm Da gehe ich glaube ich nicht gerne drauf Natürlich kommen hier auch welche hin Töte alle Ziele So gleich in der Platte gekriegt Oh ne Weltwiederbelebung sofort Das ist nett Hier ist doch irgendwo ne Kiste Ah da Hm ein Wiedereinstiegstoken Das ist auf jeden Fall für einen Nahkampf gedacht Dieses Teil Hier ist auch irgendwo ne Kiste Ah ja hier Eine weitere MP Du verlierst deinen Boden Bewegung Jetzt habe ich zwei vernünftige Waffen Hier ist doch irgendwo ne Kiste Und hier wurde schon gelootet Aber hier nicht Uh ne Munitionskiste Die Frage ist wo ist der hin Der hier schon ein bisschen gelootet hat Feindliche Drohne ist aktiv Haha Ich hab dich gehört Verdammt Da war der schneller Aber ich bin wieder drin Ich bin wieder drin Der hat mich überrascht Den hab ich auch nicht gemerkt Wenn du überlebst Erhältst du die Freiheit Ich bin auch ein bisschen am überstrollen Mal wieder Wie eigentlich wie immer Na was für eine Waffe wird es sein Ist das eine MP oder ein Sturmgewehr Eins davon ist es wahrscheinlich Aber was weiß ich jetzt nicht Kämpfe dich raus Kämpfe dich raus um zur Front zurückzukehren Wenn du verlierst bist du erledigt Es ist Zeit Soldat Mach sie fertig He 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 Los, weg hier. Da habe ich mich ja mit der Zone ja ganz vertan. Die ist ja ganz woanders. Oder Moment, das ist schon die zweite. Platten. Auf der anderen Seite. Und ab ins nächste Match. So, neues Match, neues Glück. Wo will ich hin? Ins Kapital. Heißt sofort raus. Oh Mann. Das kann ja lustig werden. Das wird so voll sein. Das wird so was von voll sein. Zur Sicherheitszone vorstoßen. Das Gas wird so schnell. Aufgepasst Leute. Geldlieferung im Anflug. Sichert die Fracht. So, nachladen. Ohne NMG. Ohne NMG. Ohne NMG. Das ist ein Anfang. So, weitere Platte. Assist? Wo habe ich den Assist her? Soll ich einmal versuchen, beim Fallen zu erledigen? So, ich muss zu dem Haus da hinten. Eine Etage nach oben. Und hier um die Ecke muss die Giste sein. Nächstes Spiel aktualisieren. Uh. Was ich noch brauche, wäre eine andere Waffe. Die andere Munition benötigt. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas nähert sich dir. Auf zur nächsten Kiste. Anderer Raum. Nächstes Ziel aktualisiert. Das war auch ein NMG, aber das hat mehr Aufsätze anscheinend. Und hier landen im Einsatzgebiet. Aber wo? Also. Und hier landen im Einsatzgebiet. Oh, ich bin gleich in der Zone. Hat der jemand schon... Ist der jemand schon drin? War hier drin. Hat der man sich aber nicht ziemlich umgeguckt. Hier hat er kaum was gelootet. Wo ist die für Kiste? Ziele fasst. Luftnahe Unterstützung schiffen. Phönix 3, Schlag unterwegs. Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Mal gucken, ob er hier hochkommt. Ist er weg? Geht. 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 Huh. Hol' ich mir noch die Lieferung? Ouh! 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 Ich muss rennen! Na! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Wo ist diese Kiste? Da! Ouh! Hier am besten hier rüber! Und beeile mich! Ich brauche nämlich keine... Aile! Hm! Wo ist denn das hingefallen? Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Gucken, ob da unten jemand ist! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Und die ist schon wieder weit weg! Und da renne ich mal hin! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Verdammt! Achso, das war A am Brust! Willkommen im Gulag! Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit! Ich wusste jetzt nicht genau, wo der ist! Was? Und eigentlich wollte ich den... Das eine Abfeuer, aber ich habe die falsche Taste gedrückt! Hehe! Wenn man die falsche Taste gedrückt! Hm! Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren! Wenn du verlierst, bist du erledigt! Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat! Gute Arbeit! Haha! Äh, wo komme ich denn jetzt raus? Am Strand! Okay! Muss da genau einer stehen! Den habe ich auch nicht gesehen! Und das war eine weitere Folge von... Mit Spaß ins Wochenende!